Also wir sponsern solche Sachen erstmal, weil wir daran glauben. Wir glauben daran, dass die Gastronomie partnerschaftliches Gewerbe ist. Wir können gemeinsam so viel noch bewegen und vor allen Dingen nach der kritischen Zeit, die wir jetzt alle durchmachen mussten, glaube ich daran, dass wirklich Subplattformen wir wieder im besten und positivsten Sinne gemeinsam ausschlachten sollten, um gemeinsam Gastronomie eben zu feiern. Es ist wichtig, weil sie überregional, überkantonal einfach die Branche schweizweit vertritt und ein perfektes Bild gibt von dem, was die Schweizer Gastronomie ausmacht.